Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assets unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountgut präsentieren. Heute geht es nämlich um einen Angelmount. Und zwar ist das hier der Großmeerrochen und diesen können wir uns in komplett Battle for Assets angeln. Überall in den BFA Gebieten, und zwar einmal in Zandala und auf Kulchiras. Und hier ist es auch vollkommen egal wo ihr angelt. Ihr könnt wirklich überall wo Wasser ist quasi angeln. Wichtig ist vielleicht auch, dass ihr auch nicht unbedingt in Pools angeln müsst. Mir ist auch nicht bekannt, dass die Pools eine höhere Drop-Chance haben, quasi diesen Fisch rauszubekommen. Um jetzt so ein bisschen vielleicht Vergleichswerte zu bieten. Ich habe jetzt etwa 350 bis 400 Tries gebraucht. Ich denke mal, da liege ich relativ im Mittelfeld. Es geht ganz gut. Ich habe jetzt leider kein Add-on, wo ich euch das zeigen kann, weil die Reality bei mir nicht mehr spinnt. Aber ich habe zumindest das Fischöl aufgehoben, dass ich so einen groben Indikator für das ganze Ding habe. Das Teil könnt ihr auch im Auktionshaus verkaufen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einmal rein, wie viel es in etwa wert ist. Dazu switchen wir hier mal wieder weg. Und dann könnt ihr mal gucken, ob das vielleicht für euch relevant ist oder nicht. Wir hauen es jetzt mal hier rein. Und ihr seht, die Preise bewegen sich hier im Moment auf meinem Server. Antonidas relativ am Anfang noch von dem Add-on zwischen 22 und, ja gut, das hintere braucht man nicht ernst nehmen. Aber ich denke mal, so zwischen 20.000 und 30.000 Gold müsste das bei euch auch liegen. Zusätzlich kriegt ihr natürlich noch einen Haufen Fische. Und zwar bekommt ihr zum einen Fische, die ihr in das Öl umwandeln könnt. Und zwar habe ich festgestellt, dass mittlerweile das Öl teurer ist als die Fische. Okay, das wird jetzt ein bisschen zu lange dauern. Dahin zu gucken, das Öl ist etwa so 28 Gold wert, habe ich hier die Werte. Und dann haben wir noch so Mitternachtsfische, die ihr relativ selten noch zusätzlich rausangeln könnt. Die auf meinem Server so um die 700 Gold wert sind. Also sprich, wenn ihr das Ganze nicht selber lernen wollt, beziehungsweise einfach nur ein bisschen Gold durchangeln machen wollt und auf das Maul zusätzlich spekuliert, könnt ihr damit auch ganz gut Kohle machen. Den großen Wurf macht ihr aber nicht. So, vielleicht jetzt noch ein paar kleine Tipps zu dem Ganzen. Ich habe mir die Adelfakt Angel angelegt. Ihr könnt auch jede Angel nehmen. Und habe mir auch eine Angel VZ draufgehauen, die ihr über den Angelwettbewerb in Stranglesawn jeden Sonntag bekommen könnt. Und auch den Angelhut aufgesetzt. Ich sage jetzt mal an der Stelle, mit dem Angelhut könnt ihr übrigens noch einen Köder draufpacken, was recht praktisch ist, so for free. Was ihr nicht braucht, ihr könnt das sicher hier auch ohne Angelskill-Erhöhung, mir ist nur aufgefallen, dass ich am Anfang, als ich wenig Skill hatte, die ganze Zeit graue Items rausgezogen habe. Heißt, wenn ihr vor allem, wenn ihr noch einen Lone-Skill habt, jetzt hier in Battle for Azeroth, quasi einen Köder draufhaut, vielleicht auch das ein oder andere Angel-Item habt, könnt ihr einfach euren Skill ein bisschen erhöhen und habt weniger graue Items und habt dementsprechend eine höhere Chance, dementsprechend aufs Mount zu kommen. Ja, ich werde das Mount hier jetzt einmal lernen, nicht im Auktionshaus verkaufen und wir werden es uns mal angucken. Beziehungsweise, wir schauen jetzt auch nochmal hier rein, es gibt nämlich auch ein Achievement hier, dass wir das Fisch-Ding hier einmal angeln müssen. Das heißt, wenn ihr auch die Erfolge haben wollt, solltet ihr euch es nicht im Auktionshaus kaufen. Ich weiß, wenn es auf manchen Server nur 20.000 wert ist und der eine oder andere sagt, ich bin faul, ich habe keinen Bock zu angeln, ich kaufe mir das lieber, fürs Achievement müsst ihr es leider einmal erangeln. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns das hübsche Ding einmal an. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Genau, da unten haben wir das Großmeerrochen. Das ist das hier. Das Model kennt ihr ja an sich schon. Warte, ich muss jetzt bloß mal hier das wegklicken, dass ich einmal einsinke und dass wir das auch benutzen können. Dafür ist nämlich unter anderem die Artefaktangel auch recht praktisch, dass ihr quasi auf dem Wasser stehen könnt und dann vielleicht, wenn ihr doch meint, die Poole angeln zu müssen, da ein bisschen aktiver, ja, ein bisschen besser an die Poole rankommt. Und ihr habt natürlich die Aggroverringerung, wenn ihr jetzt irgendwo angeln solltet, wo die Mobs sind. Ja, so sieht es das hübsche Ding aus. Ist jetzt nicht sonderlich späschig. Wir haben nämlich schon einen Mount, das quasi genauso aussieht mit einer bisschen anderen Farbgebung. Also viel haben wir da noch nicht gewonnen. Aber wir haben natürlich wieder ein schickes Achievement mehr und zusätzlich haben wir ein Mount mehr. Ich bin jetzt bei 509. Und ja, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Mich würde interessieren, wie viele Tris ihr gebraucht habt. Wie gesagt, bei mir waren es irgendwas zwischen 350, 400. Genau kann ich es euch nicht sagen. Und ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr super lucky wart und das unter 10 Tris haltet oder ob ihr da wie manche im Forum, ich hatte gesehen, manche über 1000 Tris gebraucht haben, wo ihr da legt, würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn ihr ein Achievement Hunter seid, selbst wenn ihr länger gebraucht habt, es gibt andere Achievements, die sicher länger als das Mount dauern. Ja, damit wären wir am Ende vom Video. Ich hoffe, das Ganze konnte euch ein Ticken weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung gebt oder einen Daumen nach oben dementsprechend. Und ja, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!